Ich habe jetzt so vier oder sechs Prokuren. In acht Prokuren hiebst du auch mal zwei in Hausküren. Ja, das kann ich jetzt auch mal ein bisschen fahren. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Hallo! Hast du zwei Hinten jetzt? Ja. Die ist auch in der Strecke. Ja. Die ist auch in der Strecke. Du bist ja schon da direkt. Ja, das ist ja so. Und wir wollen es wachsen. Oh! Okay. Können es wachsen? Oh! Ja, das ist ja so. Okay. Ja. 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 Ja.